Chainsaw Man Kapitel 171 ist raus mit dem Titel Sondereinheit 5 Special Division 5 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Tatsuki Fujimoto will uns zeigen, dass wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Denn in diesem Kapitel bekommen wir wieder 5 neue Teufel bzw. Hybride vorgestellt und ich habe so ein Gefühl, von denen können wir schon im nächsten Kapitel wieder Abschied nehmen, zumindest bei einem Großteil. Da steigen wir in dem Kapitel genau dort ein, wo das letzte Kapitel mit einem Schock geendet ist, denn auf einem dieser Platten, also diesen Tellern vom Sushi-Restaurant, liegt der Kopf von Nayuta und es sieht erstmal nicht danach aus, dass Nayuta noch am Leben ist oder am Leben sein könnte. Ich fand die Memes-Klasse, wo man gezeigt hat, das ist gar nicht Nayutas Kopf, sondern das ist so ein Fake-Kuchen mit Marzipan und der sieht nur aus wie Nayutas Kopf und innen drin ist ein Kuchen, aber das hat sich bisher nicht so rausgestellt. Alle sind geschockt, allen voran natürlich Denji. Wir sehen aber auch Asami Taka, Isoumi und den kleinen Bruder von eben Kobeni. Aber was macht Baram in dem Moment? Er ist erstmal weiter und tut so, als wäre das jetzt keine große Sache. Er meint nur, hey, du musst mich verstehen. Ich konnte nicht anders. Ich musste sie töten für die Rettung der Welt. Du verstehst das doch und Denji versteht das keinesfalls. Er steht auf und packt Baram am Hals. Doch in diesem Moment erscheint ja ein Gedärm, so eine Schnabelschnur könnte es natürlich auch sein, von hinten durch den Rücken von Denji, durch seinen Bauch und diese Schnur, dieses Gedärm, wird sich dann auch noch um seinen Hals wickeln, um ihn aufzuhalten. Wir werden auch später im Kapitel noch sehen, woher das kam. Und währenddessen bringt Denji einfach mal Baram um. Also er quetscht seinen Hals so sehr, dass sein Kopf halt abspringt. Also nicht abspringt, sondern halt abgefetzt wird. Und im nächsten Moment haben wir nicht mehr Denji, sondern wir haben den Chainsaw Man und nicht irgendeinen Chainsaw Man, sondern den schwarzen Chainsaw Man. Das Ziel ist also erreicht. Der schwarze Chainsaw Man ist wieder da. Aber das Ziel von wem überhaupt? War das das Ziel von Baram? Ist das das Ziel der Sondereinheit, also der öffentlichen Behörde für Teufelsbekämpfung? Kann ich mir auch nicht so vorstellen, denn im nächsten Moment sehen wir diese Sondereinheit. Also die Einheiten 1 und 2 werden zurückgezogen. Sondereinheit 5 soll jetzt in den Einsatz eintreten und gegen diesen Chainsaw Man kämpfen. Aber die große Frage ist halt hier, warum haben sie erst den Chainsaw Man herausgelockt, vor allem den schwarzen Chainsaw Man, wenn sie ihn jetzt hier bekämpfen wollen. Und sie bekommen auch noch gesagt, es ist gar nicht so wichtig, ihn zu besiegen. Es ist quasi ein Test für euch, ob ihr dafür taugt, in dieser Sondereinheit zu sein. Also da kommen schon wieder so ein paar Vibes auf zur Sondereinheit, wo Denji damals dazu gestoßen ist und völlig wirre andere Hybrid-Teufel, wie Power zum Beispiel, die sich ja auch immer wieder beweisen mussten, ob sie eben für die Behörde gegen Teufelsbekämpfung als nützlich erwiesen haben und als Teufel dann auch weiterleben dürfen natürlich. Und wir bekommen auch hier tatsächlich 5 neue Teufel vorgestellt. Zum einen sehen wir dort eben diesen Gedärm-Teufel, der Denji bereits angegriffen hat, aber jetzt hat er sich schon wieder mehr oder weniger zurückgezogen. Also scheinbar in dem Moment, wo er wahrscheinlich auch seine Gedärme verloren hat, die um den Hals von Denji gewickelt waren, als der sich in den schwarzen Chainsaw Man verwandelt hat. Des Weiteren sehen wir eine junge Dame mit dunkler Haut und weißen Haaren, sehr kurzen Haaren. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Ihr wisst, bei Tatsuki Fujimoto hat quasi jeder weibliche Charakter das Potenzial, ein Best Girl zu sein. Best Girl ist ein gutes Stichwort. Wir sehen noch einen weiteren Charakter und haltet mich hier ein bisschen für verrückt, aber ich könnte mir vorstellen, das könnte Harley Quinn sein. Also so vom Auftreten her mit den beiden Zöpfen und dieser Kappe, die ja so ein bisschen närrig wirkt. Also es kann schon sehr gut sein, dass dieser Charakter an Harley Quinn aus dem DC-Universum angelehnt ist, wirkt aber durch den Anzug mehr oder weniger normal. Dann haben wir einen Teufel, der die Augen zugenäht bekommen hat, aber das macht scheinbar nichts aus, denn ich schätze mal, es handelt sich hier um den Ohrteufel, der hat riesige Ohren und kann scheinbar vielleicht ein Sonar einsetzen, womit er sich dann in der Umgebung zurechtfindet, auch ohne den Einsatz seiner Augen. Vielleicht hat man die auch zugenäht, weil man kennt das ja, wenn man einen Sinn betäubt, dann werden die anderen Sinne geschärft. Also vielleicht habt ihr das ja schon mal ausprobiert und vielleicht ist es bei diesem Teufel ebenfalls so. Und dann haben wir noch einen Hybrid und das könnte tatsächlich ein reiner Hybrid sein, weil zur Hälfte sieht das aus im Gesicht wie ein Krokodil und zum anderen halt auch wieder wie ein Mädchen. Das sind die neuen fünf Teufel, die wir in diesem Kapitel vorgestellt bekommen und die sollen jetzt gegen den Chainsaw Man kämpfen und dieser Anführer, ich schätze mal, es ist dieser Typ, den wir in dieser Einrichtung gesehen haben, wo Denji gefangen und zerlegt wurde und der führt jetzt diese Sondereinheit an und sagt, okay, jetzt marschieren wir los, wie so eine Pfadfindergruppe wirkt das hier am Ende im letzten, ja, beiden Panels. Aber dahinter steht halt eben schon der schwarze Chainsaw Man. Und kurz mal ein bisschen Aluhut, wir wissen ja immer noch nicht so ganz genau, ob es zwei Chainsaw Mans gibt, denn damals lag ja Denji im Bett, als eben Yuko getötet wurde vom Chainsaw Man. Er kann ja nicht gleichzeitig an zwei Orten sein und wir dachten auch lange, Isoumi könnte der zweite Chainsaw Man sein. Dann gab es ja noch jemanden bei dieser Chainsaw Man Church, der hätte auch der Chainsaw Man sein können. Und dann hatten wir ja diesen Falling Devil Arc, der übrigens fantastisch war. Ich würde mir diese Qualität gerne wieder zurückwünschen. Und da stand ja auch Denji auf einmal vor sich selbst, also vor einem anderen Chainsaw Man. Und es wirkt ein bisschen komisch, dass eben Denji, der gerade noch in diesem Sushi-Restaurant war und alle sind natürlich geflohen und Denji hat vielleicht ein bisschen Einfluss auf den schwarzen Chainsaw Man, denn er hat schon wieder so ein bisschen getan, als ob er sie verjagen würde. Die anderen sind natürlich geschockt, allen voran natürlich Asami Taka, die aber jetzt hier nicht so den allergrößten Auftritt in diesem Kapitel hat. Und wie ich eben schon sagte, er ist noch im Sushi-Restaurant, dann reden die mit diesen neuen fünf Teufeln und plötzlich steht er schon hinter ihnen. Und die kriegen das gar nicht mit, die marschieren so hinter diesem Anführer her und sagen, okay, wir gehen jetzt in dieses Sushi-Restaurant und kämpfen gegen den Chainsaw Man. Und wie gesagt, ich kann mir im nächsten Kapitel vorstellen, dass er hier schon anfängt, die alle halt zu massakrieren. Denn er wird jetzt auf seinem Amoklauf sein, wie am Ende von Part 1 von Chainsaw Man. Und ja, der Auslöser ist halt Najuta, wie im ersten Part halt Power der Auslöser für diese ganze Geschichte war. Und vom Gefühl her könnte es sein, dass wir hier zum Ende von Part 2 von Chainsaw Man kommen. Vielleicht bekommen wir ja noch eine Reinkarnation von Makima, beziehungsweise dann eine Reinkarnation von Najuta und warten dann vielleicht wieder ein halbes oder ein ganzes Jahr auf Part 3 von Chainsaw Man. Würde ich ein bisschen schade finden, aber der erste Part ging halt 97 Kapitel und wir sind jetzt bei Kapitel 171. Also noch ein paar Kapitel und ruckzuck könnte da der Part 2 zu Ende sein und Chainsaw Man macht da wieder eine Pause. Ihr könnt mir jetzt gerne mal eure Meinung zu diesem Kapitel und vielleicht auch zu diesen Spekulationen, die ich hier geäußert habe, eure Meinung schreiben. Glaubt ihr, wir werden einen dritten Part von Chainsaw Man bekommen, wo es dann um den Death Devil geht? Man könnte ja meinen, so der erste Part ging um den Control Devil, der ja ebenfalls einer der vier Reiter ist. Klar, im zweiten Part sind mehr Reiter aufgetaucht mit Yoru und mit Femi zum Beispiel und Najuta, die ja den Control Devil ersetzt hat und der Death Devil soll ja noch kommen. Und dann könnte man sagen, Part 2 war quasi der War Devil mit ein bisschen vom Vermeiend Devil und im dritten Part bekommen wir dann den Death Devil. Oder Femi bekommt einen größeren Auftritt in Part 3 und wir bekommen noch einen Part 4, womit wir dann halt eben nochmal die Zahl der vier Reiter abgleichen können. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche ist keine Pause und ja, ich bin vom Gefühl her so, dass wir von diesen Teufeln schon wieder Abschied nehmen müssen. Zumindest von den meisten und hoffentlich auch von Barem, der jetzt hoffentlich auch weg bleibt. Ich will den nicht mehr wiedersehen und ich drücke noch die Daumen für Najuta. Ich weiß nicht, wie ihr das seht und Asami Taka muss natürlich mehr Screentime bekommen. Das sind meine letzten Worte. Wenn euch meine Review gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für mehr Chainsaw Man Reviews und natürlich viel mehr Anime und Manga Content. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch eine angenehme und tolle Zeit. Ich sage Ade.